Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge Minecraft mit der heiseren Chi. Die letzte Folge Minecraft ist ausgefallen, es ist mir voll leid, aber ich bin ja immer noch krank und mir ging es die letzten zwei Tage echt kacke. Deswegen kam ich leider nicht zum Aufnehmen. Aber heute schaffe ich es vielleicht wieder eine Folge, ich hoffe, dass ich vielleicht sogar zwei Folgen schaffe. Und nächste Woche bin ich dann hoffentlich so weit fit, dass ich aufnehmen kann, mehr aufnehmen kann. Äh, ja, jetzt müsst ihr doch mal mit heiseren Chi leben, die ein bisschen nasial redet, weil meine komplette Nase ist zu. So, ihr seht aber, ich war ein bisschen fleißig, äh, offline und hab hier den Berg erweitert, sodass unser Turm tatsächlich drauf passt. Ähm, genau, jetzt fehlt halt eigentlich nur noch die, äh, die Brücke nach da drüben. Die wir halt jetzt doch machen müssen. Ähm, dann wäre es mir, na, wer ist, na? Susul! Ah, nee, okay, wir haben die, äh, Brücke aus Steine gemacht, okay, alles klar. Es kann sein, dass ich öfter mal pausieren muss, weil ich stolzen muss. Aber, ihr kennt das ja, wenn man krank ist, ne? So. Wir machen da einfach weiter und machen da das Holz auch weg. Ich hab keine normale Axt. Ich muss an dem Fakt echt mal was ändern. Ich sabere die ganze Zeit halb. Ah! Äh. Das ist auch heute der erste Tag, wo mein Hals nicht mehr wehtut. Ah, das ist so angenehm. Ich hab heute auch Nacht noch zum ersten Mal wieder geschlafen seit... Ne, für euch sagt jetzt Montag nichts, ne? Äh, seit Montag, Dienstag, mit Tochter, das sagt... Seit... Vier Nächten, ne? So. Entschuldigung fürs Husten. Ich bin leider nicht schnell genug, um auf Stumm zu schalten, wenn ich huste. Ich versuche mich aber zumindest wegzudrehen. Äh. Das ist eine wahnsinnig dumme Idee gewesen, den von unten wegzubauen. Das ist ja... Dumm wie Brot. So. So. Wir müssen gar nicht so weit runter, ne? Also ich würde halt... Ich hab übrigens auch hier schon angefangen einzupassen. Da ist noch nie mal das Gras nachgewachsen, ne? Und hier hab ich auch angefangen einzupassen, ne? Und da bin ich gerade. Also da fehlt es auch. Ich hab aber auch hier schon, ne? Bisschen was gemacht. Da war nicht so viel zu machen. Genau. Und... Da hab ich halt auch nix. Und da noch nix. Genau. Aber... Die Hälfte ungefähr hab ich jetzt. Stimmt, da hab ich auch noch nix. Ja. Aber hier den Weg rüber hab ich. Ja, das ist immerhin schon mal ein Anfang. Das kriegen wir schon noch irgendwann hin. So. Mir brennt die Nase, ey. Die ganze Nase ist offen mit dem Scheißschnauzerei. Genau. Ich wollte nach da drüben, ne? Das müssten ja genau die drei sein, ne? Alter, ich hör mich an. So. 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 Kann ja was werden. Echt, die war so grandios Gutes im Brückenbauen. Entschuldigung. Okay. 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 Bisschen Unterschied ist ja schon an Höhe, ne? Gut, ich mach mal weiter. Ich mach mal hier drüben weiter. Das war das, was ich eigentlich sagen wollte. Da. Und dann hier. Warum ist die Musik aus? Ne, die ist einfach nur wahnsinnig leise. Ich hoffe jetzt, dass es die richtigen, dass es das richtige Eck war. Wäre jetzt scheiße, wenn nicht. Nein! Ich hab keinen mehr. Es kann auch jetzt gut sein, ähm, dass ich einen neuen machen muss. Ich glaub, ich hab keine Sealed Bricks mehr. Ich hab nur noch fünf Slabs. Scheiße. Wir müssen Sealed Bricks diese Folge machen. Alter. Ich hör mich anders, wär ich im Stimmbuch. Ach so. Ich bin dumm. Die hab ich grad noch mal hierher teleportiert. Vielleicht sollte ich die auch langsam ein bisschen weiter machen, ne? Das geht so ein bisschen... Ja, ne. Ich hab nicht ganz genau getroffen. Steady. Aber, das soll mal jetzt nicht unser Problem sein. Wir brauchen Sealed Bricks. Äh. Sealed Bricks mach ich da unten automatisch. Ich weiß aber gar nicht, ob da noch welche drin sind. Ja! Oh Gott, ich bin so klug. So. Aber hier ist halt nichts mehr drin. Also Gravel haben wir und Clay haben wir. Wir haben aber keinen Sand mehr. Ja, dann gehen wir doch mal wieder zu Alice. Und zu unserer Sandhöhle. Und bauen da ein bisschen Sand ab. Ich muss das unbedingt mal wieder mit Sand auffüllen. Das Lied erinnert mich übrigens so hart an Life is Strange. Meine Taschen sind voll. Ich bin so ein Depp. Was kann ich denn noch wegschmeißen? D. Scheiße, auf den einen Quartizblock. So. Okay. Da kriegen wir wenigstens ein bisschen Sand. Hier weitere. Ach so. Der eine Grasblock war eh noch da worden. Äh, vom Auffüllen. Ich dachte, ich hätte vorher schon alles rausgeschmissen, aber anscheinend doch nicht. Was kann ich denn jetzt noch? Nichts mehr. Scheiße. Ja, okay. Ist egal. Es sollte erst mal reichen. Oh, ich habe einen Tinnitus in meinem Ohr. Das ist ja super. Eklavt. Okay. Wir spaßen das einfach. Da rein. Hä? Achso. Der pulverisiert noch. Okay. Ich glaube, ich habe die Nase aufgerissen. So. Sehr schön. Sehr schön. Gut, das läuft wieder. Äh, den Sand packe ich mal oben in die, in sein E-System. Hier einmal rein. Das Sand. Die Nita auch. Okay. Ich muss einmal kurz schnäuzen. Ich bin sofort wieder für euch da. Bis dahin. Ich bin sofort noch ein informations bet meow. So, weiter geht's mit Schlafen. So. Und dann gehen wir wieder rüber, machen uns doch mal Slaps und machen die Brücke fertig. Halt, dahin muss ich. Aber drüben können ein paar rein. Und dann Slaps. Jawohl. Halt, fliegen. So, oder leh? Okay. Ich weiß nicht mehr, wie ich das gemacht hab. So, ne? Na, jetzt hab ich's umgedreht, ne? Egal. Funktioniert immerhin auch so. Achso, ich wollte ja nicht zwei breit machen, bis ich bei dem... Ach, ich bin so blöd. Jetzt hab ich ein, so ne zweier Breite drin und dann nie wieder. Na, Quatsch. So. Der ist nur eins breit. Der ist jetzt irgendwie drei breit. Ach, scheiß doch drauf. Das Ding wird auch immer breiter. Ich mach das mal wieder weg. Echt nicht so gut im Brückenbauen. Ach. Oh, nein. Nein, 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 nein. Einen noch, ne? Ne, noch einen. So. Okay, das ist jetzt blöd. Weil der auf ne richtig dumme Stelle jetzt trifft. Ja, das passt mal an. Ist gar kein Thema. Ja, ja, blöd, aber... Mama sollte ich selber einfach nicht reden. Ja. Okay. Ich lasse den jetzt einfach ankommen. Das heißt, hier muss einer hin. Und der muss weg. Und dann haben wir es eigentlich schon. Und da muss... So. Oh, halt. Moment. Jetzt haben wir es. Jetzt haben wir die Bricke. Entschuldigung. Haben wir die nicht. So. Sehr schön. Es wird immer breiter, aber das ist okay. Wir machen hier auch Dreck dran, damit sie da hält. Gucken wir natürlich hier unten, ob es hier unten auch passt. Das da ist falsch hier. So. Jawohl. Okay. Und bei der anderen... Stimmt, da habe ich Pflöcke an den Rand gemacht. Die werde ich hier aber, glaube ich, nicht hinmachen. Nee, werde ich eindeutig nicht hinmachen. Aber hier ein bisschen... Boden hinmachen wäre nicht schlecht. Nicht durchgehend, aber... So ein bisschen. Es ist ein bisschen laut hier. Dass man weiß, dass man hier hingehen kann. Hier noch. Hier noch. Auch. So. Da kommen eh auch noch Grüne. Das ist über... 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 Ab... Es kommt Grünzeug noch hin. So. Ähm... Und das halt schief zu machen, mit... So wie ich die Brücke da drüben mache, ist halt schwierig. Und deswegen... Würde ich die so lassen. Tatsächlich. Ich würde vielleicht... Da die noch ein bisschen einpassen. Das Blöde ist halt... Dass es Slaps sind. Und das nicht so einfach geht mit Slaps. Entschuldigung. Aber okay. Okay. Hier würde ich sie aber auch... Gern noch einpassen. Aber dafür brauche ich halt Stone. Wenn ich da drüben dann auch einfach... Und... Und... Ich würde mich da drüben dann auch einfach...